Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play und zwar Let's Play Together Minecraft hier mit dem Daniel. Moin. Ja, wir haben uns was überlegt und zwar, dass wir hier auf so einer Insel sind, auf der nur ein einziger Baum steht und sonst noch ein bisschen Gras, eigentlich nur so ein elender Dreckshaufen. Ja. Ja genau, also der Sinn ist, dass wir überleben, solange es geht und am besten hier was aufbauen, aber das ist alles nicht so einfach, da wir im Hardcore-Modo spielen und halt wirklich nur diesen Baum und das Gras hier haben. Falls wir wirklich in Not am Ende kommen, das heißt uns wirklich ein Setzling fehlt oder ein Samen, haben wir eine Tour vorbereitet und ja, gescheatet wird nicht. Das ist einfach nur zur wirklichen, wenn wir wirklich in Not geraten. Genau. Also die Truhe ist einfach eine Truhe, wo drin ist, ich glaub da Setzling ist da drin, da ein kleiner Samen. Ist da wirklich dann nur für einen absoluten Notfall. Ne, also nicht mal so eben sagen, ja komm, wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz, sonst kann ich mir kein sonst was machen. Ja, ich schwimm mal eben da zur Truhe, die haben wir irgendwo da hinten im Wasser versteckt. Ähm, das läuft hier nicht. Also wir versuchen auf jeden Fall mit Ach und Krach hier auf dieser Insel zu überleben. Und ja, man sieht hier ist wirklich nichts, es ist wirklich der Horizont, da man kann da keinen Landfleck erkennen. Ja, genau. Und übrigens läuft das auch auf zwei Kanälen, also das heißt einmal aus meiner Sicht auf meinem Channel, den Link findet ihr in seiner Beschreibung und einmal, ähm, als, aus seiner Sicht und den Link findet ihr dann in meiner Videobeschreibung. Genau. Oder so. So, ich denke wir schießen los, ich fäll den Baum, du, äh, samest hier. Ein bisschen rum. Ich sah mal ein bisschen rum. Boah, ich hab schon einen Samen. Wunderbar. Perfekt. So. Ja, ist wirklich eine sehr kleine Insel, also man kann, ich glaub in, man kann den Marathonlauf in 10 Sekunden um die Insel drum machen. So, schon drei Samen. Ja, aber wir sollten lieber nicht rennen. Nein. Ach ja, bei mir geht's auch richtig gut mit dem Setzenling, ich hab schon direkt einen, einer ist mir direkt auf den Kopf gedroppt worden. Wunderbar. Wir können ja auch mal erzählen, wie es zu der Truhe überhaupt kam, weil wir hatten eben schon mal ne Aufnahme, die wollten wir schon mal, äh, wir wollten eben schon anfangen und dann hatten wir plötzlich kein Setzenling mehr. Stand dann hier also komplett ohne Holz, ohne alles und dann so, hm, ja, wie machen wir es denn jetzt? Und dann dachten wir, wenn das nochmal passieren sollte, einfach dann diese absolute Notruhe. Ne? Genau. Okay. Ja, ich hab jetzt hier ein bisschen Samen. Ach, da ist noch ein Gras, Grasbüschel. Ähm, du hast ja Holz, wärst du nett und machst dir mal so ne Hacke, weil ich kann dann die Samen mal herpflanzen. Ich hab sechs Stück. Das ist, das ist gut. Gerne. So, ähm, einmal die, den Crafting Table hier auf den Tisch ballern. Sechs mach ich sofort mal, ähm, so. Ähm, ich mach mir dann gleich ne Axt, weil ich geh uns dann, so ich denke mal, dass... Ne Spitzhacke meinst du, oder? Ja, ja, genau. Weil ich denke, unter dieser Insel wird Gestein sein, was ich dann, ja, demnach haben will. So. Ähm. Thank you. Ich hab jetzt hier so ein Klöppel. Klöppel-Attack. Wo pflanzt ich denn das am besten an? Ich mach das mal hier vorne. Genau, genau, am Wasser. Das ist, ähm, am besten. So. Ach, scheiße, es wird schon Nacht. Wo brauch ich denn am besten hier, äh, rein? Ich weiß nicht, da vorne, irgendwann ne Ecke. Ja, ich buddel hier einfach mal in den Boden rein, ja. Wunderbar, ich nehm mal den Crafting Table eben noch mit, der muss da hier oben auch nicht stehen. Ja, kein Ding. Hans hier unten dann gleich hinschmeißen, weil ich baue uns hier im Haus. Jo. Auf die Schnelle. Hoffentlich finden wir schnell Kohle, weil ohne Kohle, ohne Moos nix los, ne? Ja, genau. Ah, ein Sonnenuntergang. Boah, es ist voll romantisch und ich bin hier forever low mit so einer Schwuchtel da unten drin, ey. Ist nicht zu fassen. Okay. Nein, das war nicht, nicht persönlich gemeint. Ja, ich wollte mir nicht was Schlaues einfallen lassen, aber irgendwie, äh, Brain-Lagg, so, kennste. Ich hab mal die letzten Blätter hier noch weggemacht, das ist aber kein Ding ins, äh, gedroppt, kein Setzling. Okay, aber... Ach, da steht ja auch noch einer. Da ist auch noch so ein Krüppel-Busch hier. Das ist ja cool, wir haben zwei, zwei Setzlinge. Ja, hab ich auch gesagt, hab ich geflascht. Ja, echt, hab ich gar nicht mitbekommen. Inkompetentes Stück Müll. Oh, geil, geil. Boah, der Sternhimmel, ey. Es, es läuft, es läuft, Mann, wir haben Kohle. Wie echt? Wie geil ist das denn? Nein, ich sing jetzt mal nicht den, ähm, ne? Ja. Oh, hier, oh, hier ist sogar, oh, hier ist, oh, richtig viel Kohle. Oh, ich hab auch einen gekriegt. Ha, ich hab Kohle geklaut. Hä, Hä. Du Rüppel. So, jetzt war ich hier Kohle-Weitwurf. Ja. Ja, nicht ganz. Und jetzt nochmal. Und? Ja. Mist. Ich baue uns direkt, ich baue uns direkt meine Fackel, wenn du nix dagegen hast. Ah, ein bisschen, ein bisschen weniger jetzt weit, aber jetzt hier jetzt. Zack. Boah, ich bin so gut. Ich bin richtig gut im Kohle-Weitstoßen. Ja. Oder Weitwurf, eher gesagt. Oh. Das klingt. Doch, ein letztes Mal. Und? Was? Wenn ich nicht wüsste, was du machst, ne, dann würde das ganz schön scheiße klingen. Okay. Letztes Mal jetzt. Boah, ey, es ist voller Kohle hier. Aber, ich mein, schadet ja nicht, ne? Okay. Hier ist mein, mein, mein Glücksstein, dieser Kohle-Klumpen hier. Den trage ich jetzt immer mit mir rum. Boah, da ist ja Licht. Ja, ich hab hier schon ne Fackel hingebaut. Lass mal hier unten, ne, nicht hier ganz unten einrichten. Lass ein bisschen weiter oben, irgendwie hier. Auf dieser Ebene. Ich hab da, ich hab da schon ne Fläche gemacht, ja. Ja, ich mach mal hier, was ich, was ich kann, mach ich auch schon mal weg hier. Mit meiner Hand. Mit meinen bloßen Griffeln. Und da war grad wieder so ne Eisenbahn, ne? Eine Eisenbahn? Ja, das hört sich an wie ne Eisenbahn bei mir. Äh, bei mir klingt das irgendwie wie so, wie so ein Gong, weißt du, wie so ein Chinamann-Gong. Achso, ja, okay. Boah, ich find den Sternenhimmel extrem geil. Wir haben auch dasselbe Text, Chapec, ne? Damit hier auch keine Unreinheiten an, also passieren, wie zum Beispiel, das ist Erde. Nein, das ist Holz. Nein, das ist Erde. Nein, das ist Holz. Willst du mich verarschen? Da steht doch Erde. Bei mir steht da Erde. Ja, wieso, ich hab dir jetzt eine Spitzhacke? Äh, ja. Hm. Hm, das ist ne lange Geschichte. Okay, dann mach ich hier mal ein bisschen, ähm... Das ist ohne Grund. Wieso ist jetzt diese, diese komische Tischdecke jetzt da im Boden? Lass die mal weiter hier vorne hinstellen. Ne, ne, ne. Wir machen das noch ein bisschen tiefer hier. Ah? Weil, ähm... Ich will nicht, dass sich ein Creeper hier bei uns, äh, wieder so ein Selbstmordangst hat. Ich hab Angst, dass hier einer von der Decke fällt. Ich mach mal hier zu. Ist das okay, wenn ich hier mal so zumache? So, zack. Dann haben wir hier, dann haben wir hier safe. Hast du noch ne Fackel? Ja, sicher. Oh, wunderbar. Dann grab ich hier mal ein bisschen weiter. Tra-la-la-la-la-la-la. La-la. Oh, ne Jukebox wär geil jetzt hier so. D-d-d-d-d-d-d. Ich guck mal, ob ich irgendwie mal ne, äh, ne, ne Playlist mal hier... Oh. Äh, es ist kaputt gegangen. Oh, du mieser Cheater. Oh, Entschuldigung. Oh, scheiße. Du mieser Cheater. Nein, alles cool. Äh, passt schon. Alles super. Äh, hast du denn noch genug Fressen, dass du... Ja, ich hab noch, also ich hab grad mal zwei verloren. Das ist alles cool. Aber, aber lädt sich der Nebendamm wieder auf, oder nicht? Ne, aber ich hab auch nur zwei verloren. Es ist alles gut. Ja, ja, du bist mir so ins Aim gerannt. Ja, jetzt bin ich schuld, ne. Nein, es ist, passt schon. Ich mach, ich mach die Erde weg. Mach du mal den Stein, ich mach die Erde. Das ist das Einzige, was ich noch kann. Nein, aber ich guck mal, ob ich für die nächsten Parts so ne, äh, so ne, nicht Jukebox, ne Playlist zusammenstelle. So. Und was für eine Playlist? Weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas Nettes. Ich überleg mir mal. Und wenn ich nix finde, dann find ich halt nix. Okay. So, hier ist mal so ne, so ne Säule. Hier drin, so. Aber die Säule muss ja schon aus Stein zählen, sonst ist das... Ja, ich mach die, ich mach die mal neu. Dann genug Stein, ja. Ja, ich hab, ich hab jetzt noch 16. Oh, die Fuckin sehen ja geil aus. Aber hast du nicht das 128er und ich das 256er? Nee, ich hab auch das 165er Pixel Tech. Achso. Alles cool. So, okay, ja. Weil... So. Ja, was machen wir jetzt? Warten, bis die Nacht vorbeizieht, oder was? Nö, nö. Ich glaub, ich mach das hier mal ein bisschen schön, weil das sieht ja jetzt nicht auswendig. Es gibt nur ein Problem. Welches? Ähm, wir können uns keine Betten herstellen, weil wir kein Schaf haben und das ist scheiße. Aber egal. Vielleicht haben wir ja Glück und vielleicht schaffen wir es, sagen wir mal, auf Festland. Wir gucken mal. Na, könnte knapp werden, aber vielleicht. Mit nem Boot ist das eventuell machbar. Mit zwei Booten, weil, äh, ein Boot... Aber ich glaub, die Schicht da drüber ist schon dann, äh, Tageslicht, kann das sein? Oder hat er gesagt? Nacht, dann halt. Jetzt gerade. Ich klär mal hier oben, äh, mal ein paar... Was, ich klär mal die Lage hier oben. Okay. Hier oben ist alles safe, die Bäume sind noch nicht gewachsen. Der Mond steht am Himmel. Ja. Sind da, ähm, irgendwie, weißt du, diese Minderwertigen? Nee, ich seh keinen Minderwertigen. Aber ich halt auch grad ausschauen nach Octopussis, aber ich seh auch keine. Ach ja, das ist ja ein ganz anderer Stein jetzt. Das ist ja Cubblestone, aber das sieht ziemlich gleich aus, was ich bei diesem Texture Pack ziemlich gut finde. Öh. Ja, es sieht sich schon echt ähnlich. Das stimmt. Obwohl mich der Cubblestone ein bisschen an das Gravel vom normalen Texture Pack erinnert. Erinnert's so ein bisschen da dran, ne? Ja, die Bäume wachsen irgendwie nicht, aber, nun ja. Das sind solche mickrigen Sträucher hier. Armselig. Armselig. Sehr armselig. Das jetzt, die, äh... Ja, die Bäumchen. Ja, die sind recht. Aber gut, die brauchen immer ein bisschen. Oh, wie lang brauchen die nochmal so? Ich hab keine Ahnung. Wenn wir Knochenmehl hätten, wird das alles ein bisschen schneller gehen. Aber so an sich... Ja gut, ne? Ich chill mich mal hier vorne zum Zuckerrohr. Oh, Zuckerrohr. Oh, geil. Fliegt da eine Fliege um das Teil rum? Ja, das ist ein Pixelfehler. Das Zuckerrohr hat Pixelfehler. Da ist noch ein Pixelfehler. Da. Ein Pixelfehler. Ich seh das gar nicht. Bei mir ist es ein... Echt nicht? Da ist so eine, so eine ganz kleine schwarze... Oh, da war grad ein Leck. So eine ganz, ganz kleine schwarze, ja... Ecke so. Wo denn jetzt? Also, ich seh... Ja, ich kann ja, ich kann ja schlecht beschreiben. Da, also... Bei mir kann man's sehen. Da ist so eine komische, kleine, hässliche, schwarze Ecke. Da. Alter, Vater. Was ist los? Alter, Minecraft pisst mich grad schon wieder mal übelst an. Der mit seinen 5 FPS, ey, geh mal in den Keller, ey. Oh mein Gott. Was ist das für eine Dreckskacke? Warte mal. Bei mir läuft's irgendwie, ähm... Recht gut, also... Ey, jetzt geht's wieder. Jetzt hat's wieder gefangen, alles cool. Und es wird Tag. Und jetzt bricht's schon wieder zusammen, ey. Das gibt's auch nicht, ey. Alter, Finne. 7, 1, 4, 6, 10, 7, 9, 12, 6, 13, 7. Oh mein, Fresse, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Ich guck jetzt dem, äh, dem, der, äh, dem Diashow-Sonnenuntergangs-, äh, nee, Sonnenaufgang. Guck ich jetzt mal zu. Ich mach jetzt mal ein paar Minuten. Oh, geil. Oder ich stell mich jetzt mal hier so ein bisschen hin, äh, im Ding ins Modus. Boah, da hinten geht die Diashow los, ey. Das ist das nicht geil. Boah, ist das nicht ne geile Diashow da hinten. Oh, das ist ja mal wirklich toll. Oh, geil. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ich hab kein, ich hab, ich hab keinen Plan. Me don't know. Oh, beim Springen ist mir grad ne Keule verloren gegangen, also. Weiß nicht, was da, ähm, ne? Warte mal. Ich mach mal eben ganz kurz bei mir jetzt im Video mal ne kleine Aufnahmepause. Oder? Hat sich wieder gefangen? Es hat sich wieder nicht gefangen. Ne? Okay. Und ich guck dem Setzling hier weiter. Okay. Ja, Linz da mal drauf. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Bitte haben sie einen Moment Geduld. Der Pixelschrott geht gleich weiter. So, jetzt bin ich wieder da. Okay, und geht's? Ich hab jetzt bei mir mal einen schwarzen Bildschirm einfach reingepustet. Es lag an Fraps. Sobald ich Fraps beendet hab, ging das dann wieder flüssig. Hm. Ja, du hast jetzt aber Fraps wieder gestartet. Ja, ja, alles gut. Alles cool. Ja, okay. Ich hab dem Setzling hier grad beim Wachsen zugeschaut. Ja, das find ich cool. Das klappt irgendwie nicht so. Also es kann sein, weil das Problem ist ja auch, ich rette da grad ein bisschen was durch den Kasten hier, dass das passiert, dass ab und zu bei mir ein bisschen rumleckt. Ne? Deswegen. Ja. Dann beende ich einfach oder mach kurz einmal nur einen kleinen Break rein und dann passt das. Ähm, also ich find das gut, okay. Also. Oder ich überleg, ob ich vielleicht die Einstellung bei Fraps, äh, es fängt schon wieder an zu abfacken. Alter, was ist das immer für ne, für ne Hure, ey. Das gibt's doch gar nicht. Auf wie viel FPS nimmst du auf? Also auf 30. 30 mal. Ich auch. Aber komisch, dann nimm doch mal auf 10 auf. Dann leckst du die ganze Zeit. Ja, klar. Ach Gott. Das kann ich gar nicht ab, so ne Kacke. Aber okay. Was will man machen, ne? Oh Gott. Nicht, dass du dann später in, ähm, die Hälfte ausmachst. Boah, ich mach grad erst mal so, ich dreh mich grad so im Behindert im Kreis und das ist so eine richtig geile Diashow gerade. Überleg mal, was ich dagegen machen kann. Bei mir läuft's richtig verlässig. Ja, du bist ja auch der Server-Host. Ist ja auch kein Wunder. Ja, aber daran kannst du ja nicht liegen. Doch, natürlich kannst du daran auch liegen. Ich muss ja erst mal bei dir erst mal dahin, aber egal. Ähm, ja gut. Wieso wachsen denn diese Behinderten? Bäume nicht? Du hast Bäume gesehen. Ja, ne? Und mir ist grad langweilig. Ich sitz hier grad einfach und mir ist grad fucking langweilig. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Aber hier ist ja wirklich gar nix, ne? Ich schilme mich jetzt hier zum Zuckerrohr und seh dem, äh, seh der, äh, der Diashow im Wasser zu. Okay. Ich will diese kleinen komischen Blasen da, irgendwelche komischen Blasen da, äh, irgendwelche komischen Blasen da machen. Okay. Und mit den Blasen... Seems legit. Ja, was? Seems legit. Ja. Ich esse jetzt erst mal, ich esse erst mal jetzt ein Duplo. Hab ich grad eben beschlossen. Okay. Kennen dir. Ja, ne? Ich hab nix zu essen hier, äh, so eine Scheiße. Hm, was machst du denn da hinten? Äh. Genau, langweilig überbrücken. Einen Augenblick mal eben. Ich hab jetzt mal die Shreps-Aufnahme beendet. Ihr könnt jetzt... Oder ich hab ne Idee. Ich setz da ein richtig schönes Bild jetzt mal gleich ein. Moment. Es kommt zum blödes Bild. Das liegt definitiv an Shreps, weil jetzt geht die Aufnahme gerade wieder. Also die... Ihr slackt das gar nicht. Ich will grad mal in dieser Insel rum mal gucken, was ist hier so... Oh, nein. Jetzt sind wir wieder hier am Pit. Boah, der Baum ist gewachsen. Ich fäll den mal eben. Äh, ich hab ein Problem. Was denn? Ah, ne, warte. Ich kann mich ja so raus... ... ... ... Ich muss irgendwas überlegen, wie ich das mit Fraps an, äh, in ne, in ne, in ne... ... in ne Schuhe, äh, Schuhe kriege. Wollt pushen sagen. In die pushen. Dann sonst versuch doch mal so lang half. Also diese Option, dann filmst du nicht ganz auf HD-Ready. Aber ich denke, für Minecraft reicht das, weil Minecraft eh nicht so die Killer-Grafik hat. Boah, Minecraft, Alter. Boah, der zweite Baum ist auch gewachsen. Oh, warte, den verlieh ich. Alter, Minecraft geht ja mal übelst ab. Den verlieh ich. Nein. Doch, nein. Doch, doch. Doch. Ja, okay. Oh. Ich überleg, was ich mit dem Holz jetzt machen könnte. Holzbretter. Aha, was ein Einfall. Okay. So. Ähm, ja. Sollte ich jetzt davon 40 Stöcke machen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Nimmst du jetzt gerade eigentlich auf, oder nicht? Also. Ich nehme jetzt gerade wieder auf, ja. Es ist alles, bis jetzt ist alles gut. Ich mache einfach dann da so. Ich habe, ich mache einfach ein schwarzes Bild da rein mit irgendeinem schönen oder irgendein schönes Bild. Ich werde mir was überlegen. Ihr werdet es ja dann sehen. Oder ihr habt es jetzt eigentlich ja schon gesehen, ne? Ja. Okay. Ich habe jetzt hier so ein Stück Kohle. Ich habe ein bisschen Erde, ein bisschen Eichenholzbretter und ein bisschen Pflasterstein. Also aus dem Baum kommt jetzt... Ich mache jetzt hier am besten mal so ein Scheißschwert. Ach, ich bin ja auch ein Vollidiot. Ob dann da was rauskommt. Ich wollte gerade ernsthaft ein Schwert mit dem Holzbrett machen. Man merkt vielleicht, dass das Spiel etwas länger schon nicht gespielt hat. Okay. Boah. Ein Steinschwert plus 5 Attack Damage. Oh, das ist... Ich verstehe noch nicht, warum das jetzt auf Englisch ist. Na egal. Sicher wegen dem Texture Pack. Oh, ein Setzling. Meiner. Okay. Okay, ein Setz... Alles wird gut, alles wird gut. Ja. Alles wird gut. Okay. Ich habe bis jetzt ein Setzling gefunden in den beiden Bäumen. Ein bisschen nicht so cool. Kann man die eigentlich auch länger wachsen lassen? Also bis das solche riesen Fettklötze sind? Nee, sobald der Baum einmal ausgewachsen ist, wächst er keinen Zentimeter mehr. Das ist also, wenn ich das so sagen darf, schon... Ja, darf ich. Ist klar, aber... Das ist dann schon ziemlich scheiße. Boah. Oder? Boah, ich habe eine Idee, was ich machen könnte. Ein Setzling glitscht. Ein... Ein Setz... Ein Setz... Oh. Es ist entsetzlich, dass der Setzling so rumglitscht. Entsetzlich, genau. Ja. Ich habe eine Idee. Und zwar... Boah, jetzt ist da wieder dieses Boot. Nein. Dieses zudende Boot. Ja, ich habe das auch gehört. Ey, komm her, du. Oder was? Hey, ich habe den... Ich habe irgendwie jetzt... Meinst du, drehst du mit mir? Nee, wieso? Ja. Äh, keine Ahnung. Nom, du blo. Ich habe einen Apfel. Ich habe Hausschuhe. Nee, hast du die gerade... Nee. Woher denn, ey? Mann, ich bin heute durcheinander. Ich habe jetzt schon... Von Penny. Ja, ich habe Hausschuhe von Penny. Und mein Schaft leckt wieder. Jetzt nicht mehr. Ich muss mir was überlegen, wie ich das in den Griff kriege. Naja. Hm. Was wollte ich denn jetzt machen? Boah, das kann sich... Das kann sich ja keiner angucken hier. Das ist ja... Jetzt geht's. Dann geht's ja, dann geht's ja nicht. Dann geht's... Oh, Kohle. Es traut dich. Oh, hast du wieder Kohle gefunden? Ja. Ich habe jetzt einen kleinen Levelbalken. Und jetzt habe ich schon zwei Levelbalken. Oh, so viel habe ich noch gar nicht. Bei mir steht Level 1. Ja, ich meine so zwei kleine Levelbalken. Dieses Leveldingen ist ja in so kleine Abschütte unterteilt. Achso. Jetzt habe ich vier... Ungefähr viereinhalb. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu zählen. Okay. Natürlich verständlich, dass du keinen Bock hast zu zählen. Okay, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Bäume gepflanzt. Wunderbar. Läuft ja. Ich hau diese Kacke hier gleich mal auseinander. Jetzt geht nichts mehr drin. Und ich habe einen Apfel. Ich habe Hausschuhe. Du willst nur ablenken. Von Penny. Du willst nur ablenken. Hier, siehst du das? Hm? Siehst du das? Hier. Hm? Ich habe einen Apfel. Siehst du das? Ich habe eine Tür. Oh mein Gott. Bitch. Boah, die ist jetzt richtig sinnvoll, Alter. Boah, richtig. Du kannst jetzt hier so aufmachen, dann kannst du durchgehen und dann kannst du hier wieder zumachen. Wie du deinen Spaten verbackt in der Hand hältst, ey. Werf mir den her, dann... Ja, bei mir... Bei mir, wenn man das jetzt mal realistisch sehen würde, hätte ich ihn auch so im Hals stecken irgendwie. So im Hals. Ja, schon. Oder ich habe so eine übelste Krüppelhand wie dieses Brot da von Kika. Oh. Gib mir die mal, dann baue ich da oben einen Eingang. Nein, du machst jetzt hier. Ich baue da oben jetzt den Eingang. Was soll ich hier machen? Weiß ich nicht. Überleg dir was. Okay. Boah, Alter. Nee, mach du das. Wenn ich an der Oberfläche komme, dann fängt das Spiel bei mir an zu streiten. Warum das? Weiß ich nicht, weil es mich gerade anpissen will. Dann gib mir diese... Warte, warte. Ich versuche dir jetzt hier mit einer Diashow eine Tür zu geben. Bitteschön, eine Tür. Danke für die Diashow eine Diatür. So, du bloß. Raum. Und das Duplo ist alle. Alles klar. Boah, ich mache uns jetzt so einen richtigen High-End-Eingang hier. Das liegt daran, weil ich was im Hintergrund rendere. Das kann auch sein. Das ist jetzt... Du bist ein Troll. Warum? Ja, wenn du im Hintergrund was renderst, dann ist das klar. Ja, wieso? Was soll ich machen? Du renderst jetzt wirklich was im Hintergrund? Ja. Ja, dann... Soll ich dir eben einen Tipp geben, wie das vernünftig läuft dann? Ja, einfach das Rendering ausschalten. Aber ich habe keinen Bock, das jetzt abzubrechen, weil das schon seit 5 Stunden läuft. Geh einfach auf diesen fucking Shit Task Manager. Dann drückst du Rechtsklick auf diesen Task von diesem Renderprogramm. In Prozessanzeigen. Oder Prozessanzeigen. Ja, ich weiß. Ja, 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 ja. Ich weiß. Aber ich habe jetzt keinen Bock. Ich bin jetzt zu faul dazu. Außerdem, hier unten geht es eigentlich teilweise echt gut. Ich habe Angst, dass du mich gleich ausschlägst. Alter, warum machst du diesen Erdeklumpen hier? Hä? Warte mal, hier fehlt ja schon wieder eine Fackel. So. Da war nie eine, also kann auch keine fehlen. Aber zum Fehlte eine. Ich habe ganz vergessen, die Tür zu installieren. Das ist jetzt ja schon wieder... Aber du musst sie aber richtig installieren, bitte, ja? Mit Plugins, ja? Hast du mich verstanden? Wie, mit Plugins. Und ich möchte nicht, ich... Ja, die sollst die Tür mit Plugins installieren. Und ich möchte bitte nicht, dass bei mir dann Delta Search oder irgend so ein Scheiß dann als Suchmaschine ist. Hast du mich verstanden? Äh, das kann ich dir nicht versprechen, weil Delta Search weißt du ja, ne? Aber... Ja, Delta Search ist so geil. Da geil ich mich auch immer dran auf. Sag mal... Boah, mich pisst das immer richtig an, wenn Delta Search sieht, das ist so eine Scheiß-Suchmaschine, so eine Behinderte. Wenn du irgendwas downloadst und einmal nicht aufpasst und einmal irgendwo einen Haken nicht hinsetzt, weil du diesen Dreck nicht haben willst, dann hast du plötzlich da so eine Delta Search-Toolbar oder irgendeine Delta Search-Suchmaschine. Das pisst einen richtig an. So richtig ans Bein. So richtig so gelb und so richtig schön flüssig. Gib mir mal bitte ein bisschen Kabbelsung. Moment. Kann ich... Wie viel brauchst du? Ach, werfen wir mal so zehn Stück hin. Jo. Bitte schön. Oh, danke. Nee, warte, Moment. Einer fehlt noch. Ich... Ich... Ich hab... Ich hab zehn gesagt. Das... Das geht ja nun nicht. Ja, da kannst du... Da kannst du hier welche nehmen, da. Da liegen welche. Nee, nee, passt so. Lass hier unten mal... Lass hier unten mal unser Hauptzimmer bauen, hier unten, weil ich... Äh, höre hier gerade schon richtig schön aus. Jo, meinetwegen. Ich frag mich ein, spawnen eigentlich Zombies auf unserer fucking Insel? Äh, pff. Keine Ahnung. Also, bestimmt, ja. Rein theoretisch gesehen schon. So, wo baue ich den Ofen mal am sinnvollsten hin? Was? Jetzt siffte mir gerade so ein Zeug ins Wohnzimmer. Guck dir das mal an, das ist ja wohl unerhört. Da siffte mir gerade was runter. So, was... Was... Okay. Okay. Hm? Ja. Willst du es nochmal sehen, wie es da runter sift? Pass mal auf, hier. Oh. Da, da sift es runter. Da darf man nicht runter geraten, oder? Äh, soll ich... Ich teste das mal aus. Nee, nee, nee. Nee, bitte nicht. Doch, das ist ja nicht schwer. Pass auf. Wolltest du hier extrem test? Hä? Au. Wie viel Leben hast du noch? Das hat mir nur ein halbes gezogen. Alles gut. Gut, jetzt provozier das jetzt aber nicht, ne? Nein. Ich war nur ein Test. Ja, ja. Ich wollte zeigen, dass ich da rauskomme. Ja, gut. Ähm. Ein Teppich wäre schön. Ein richtig schöner... Oh. Ein richtig schöner, flauschiger Teppich. Oh, ich hab dir jetzt meine Axt zugeschmissen. Oh. Ich wusste nicht, dass du dir schon 10.000 auf Vorrat machst. Kann ich meine Axt wieder haben? Bitte. Ähm. Axt? Du meinst Spitzhacke. Das ist die Axt. Ich werde mir wohl kaum eine Axt machen, um diese paar Beu... ...mitzufällen. Ja. Wie steht's mit dem Hunger? Mit dem Hunger steht's schlecht. Okay. Dann... Apropos Hunger. Ich höre jetzt mal auf, hier rumzugrabbeln. Ich gehe jetzt einmal hoch beim Weizen gucken. Es ist schon wieder Nacht. Willst du mich eigentlich hier nach Strich und Faden verorschen? Äh. Ich weiß nicht, ob das schon fertig ist. Das sieht aus wie... ...Pilze. Mh. Pilze. Nee, das sieht aus wie diese Rohre bei Super Mario. Nee, diese Bäume da. Ja. Diese Tannen bei Super Mario. Eine blühende Fantasie. Eine blühende Fantasie. Nee, die sehen wirklich aus wie die Bäume bei Super Mario. In dieser einen komischen Welt. Auf dem 64. Mann, ich hab das doch gestern noch gespielt. Ja. Ja, das kann gut sein. Ich hab's nicht gespielt. Aber es wächst nicht vernünftig. Es ist... Boah, damit kannst du ja gar nichts anfangen. So ein Müll. Sag mal, verhungert man eigentlich, wenn man nichts zu essen hat? Also stirbt man davon? Nee. Achso, ja. Verhungern natürlich, aber ja, sterben auch. Du gehst dann richtig krüppeln. Das ist scheiße, aber zum Glück haben wir noch ein paar Äpfel in unserer Notfallskiste. Hast du da Äpfel reingeschmissen? Ich glaub schon, ne? Ja. Aber die sind wirklich nur für einen Notfall. Wirklich nur für einen Notfall. Was hast du noch zu essen? Wie viele Essensdinger hast du überhaupt noch? Ich hab noch eine halbe Keule. Okay. Und die sind fucking Apfel. Wie viel hast du? Okay. Ich hab noch anderthalb Keulen und kein Apfel. Na gut. Ja. Schade. Du, ich würd trotzdem sagen, dass wir jetzt mal ne Aufnahmepause machen, weil die halbe Stunde ist schon full. Ja? Ungefähr. Ja? Ja. Fett. Ja, die ist full. Also fast. Okay. Ne? Und, ähm, ja. Ich versuch jetzt mal die Legs fürs nächste Mal etwas zu beheben oder ganz zu beheben oder generell zu vermeiden. Bla. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich glaube, du auch, oder? Jo, dankeschön. Und haut rein, Leute. Ja, danke. Ja. Beim nächsten Mal wieder einschalten, ne? Wenn hier wieder Insel und wieder zwei Vollidioten meinen, sie müssten wieder hier einen auf Survival-Typen machen, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.